Herzlich Willkommen bei S21-BAU-TV. Wir sind am Startbahntunnel. Im Hintergrund ist dann die Haltestelle Staatsgalerie. Und rechts die Pumpe macht jetzt Feierabend. Das dritte Beinchen ist jetzt drin und das vierte folgt zugleich. Bis zum nächsten Mal. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist die Verfüllung seitlich vom zukünftigen Kunden. Wir hören den Meißel, da hinten geht also der Abbruch, der alten halte ich wieder weiter. Musik Windschutz habe ich vergessen. Ich hoffe es ist erträglich. Aufbau und Abbau direkt nebeneinander. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018